Am Wort ist nun Maximilian Lercher von der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Wirtschaftsministerin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es ist ja ein guter Punkt auch, um darüber zu sprechen, dass unser Markt sehr wohl Regeln braucht, weil er sich eben nicht von alleine regelt. Ich bin sehr dankbar über diese Debatte, weil ich glaube, in Summe hier schon ein Interesse besteht, einzugreifen, wenn es für die Unternehmen, die Wirtschaft und auch Österreich nicht funktioniert. Und deswegen sollten wir uns auch auf eine neue Standortpolitik verständigen, weil wir angesichts der Krisen, die wir erleben und erlebt haben, doch gesehen haben, dass die alten Regeln für die neuen Herausforderungen einfach nicht mehr taugen. Und deswegen finde ich, sind die Fragen angebracht, die die Freiheitliche Partei auch gestellt hat, nämlich wie wir die Schlüsselindustrie in Österreich sichern, wie wir es schaffen, die Transformationsprozesse zu begleiten und wie wir vor allem auch den Standort Österreich gegenüber unglaublichen Geldmassen aus dem Ausland verteidigen, weil wir ja mittlerweile erleben, dass die Finanzwirtschaft, die ja fast gar keine Regeln besitzt, die Realwirtschaft drückt und in Wahrheit diese Systeme gegeneinander funktionieren und die ÖVP sich endlich durchringen muss, vor allem in der Finanzwirtschaft Regeln auch einzufordern, auf globaler, auf europäischer Ebene, weil das unseren Standort schwächt. Und wenn wir MAN und ATP uns anschauen, dann wissen wir und sehen wir leider, dass sie nicht bereit sind einzugreifen und abzusichern, wenn es möglich wäre. Und da könnte man mit einer ÖBAG sehr wohl etwas anderes tun, nämlich aktive Beteiligung ausüben, anstatt einen Skandal nach dem anderen zu produzieren. Das wäre eigentlich im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es eine wichtige Debatte. Ich weiß, viele finden das lächerlich, wenn ein Sozialdemokrat findet, es braucht Regeln für den Markt. Aber überlegen Sie sich, es wäre gut für unseren Standort, es wäre gut für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil die Steuerpolitik à la Wolf kann nicht die Zukunft sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Markt braucht Regeln, weil er sich eben nicht von alleine regelt. Eine neue Standortpolitik wäre wichtig, so der steirische Abgeordnete Lercher. Und er sieht sich bei den notwendigen Fragen auf einer Linie mit der FPÖ, etwa bei der Notwendigkeit, die Schlüsselindustrie zu sichern. Ich hoffe, es照ريbe nach den Jahren.